Welches ist das schönste oder schlimmste Geschenke, den ich je bekommen habe? Ich finde die schlimmsten Geschenke immer die, die so unpersönlich sind. Ein Standardgeschenk wie ein Pyjama oder eine Flasche Wein oder solche Sachen. Das finde ich recht schlimm. Und das schönste sind die ganz persönlichen Geschenke, auf die ich zugeschnitten bin. Und an dem habe ich eigentlich am meisten Freude. Welches ist das prägendste Erlebnis mit dem Samichlaus oder dem Schmutzli? Ich dachte, das ist für jedes Kind. Wenn der Schmutzli reinkommt und mit dem Sack da ist und nicht weiss, ob es dort drin verschwindet oder ob das Geschenke rauskommt. Ich glaube, das ist schon sehr prägend. Und lustigerweise für meinen Jungs jetzt auch. Der ist jetzt in dem Alter, in dem er an Samichlaus glaubt. Und mir über das Samichlaus natürlich schon das eine oder andere noch Input bringen, was er besser machen sollte. Welches sind meine Lieblingsgutli? Ich glaube, mehr und länger. Wie viel Geld gebe ich für Geschenke aus? Ich glaube schon relativ viel. Weil ich finde Geschenke eigentlich auch recht wichtig. Aber es muss nicht unbedingt für Weihnachten sein. Ich bin eigentlich eher dafür, dass man auch über das Jahr hinweg mal das ein oder andere Geschenke macht. Aber wir haben zum Beispiel auch auf Weihnachten geregelt, dass wir quasi wie wichteln. Also wir ziehen, wer ein Geschenk rüberkommt. Und nicht, dass wir uns gegenseitig alle diesen Geschenk verteilen. Wie oft stehen Sie während der Festtage auf die Waage? Grundsätzlich, seit ich aufgehört habe, wollen wir das Spiel eigentlich gar nicht mehr. Von daher ist das eigentlich eine klare Antwort. Hangen an Ihrem Baum echte Kerzen oder Lichterketten? Seit ich verheiratet bin und der Familie hat, ist es so, dass ich eigentlich echte Kerzen aufhängen sollte. Aber weil es natürlich bequemer ist, das mit Lichterketten zu machen. Und gerade mit Kindern ist es schon so, dass man natürlich die Lichterkette braucht. Es ist gefährlich mit echten Kerzen. Was ist Ihres Last-Minute-Notfallgeschenk? Ähm... Habe ich mir noch nicht überlegt. Aber ich glaube, da hast du echt viel Auswahl in diesen Pronto-Shops oder Tankstellen. Habe ich jetzt noch nicht überlegt. Müsstet ihr mir vielleicht mal noch Gedanken machen. Was darf an oder unter Ihrem Weihnachtsbaum auf keinen Fall fehlen? Hm... Ich habe natürlich Geschenke. Und äh... Und ein Tuch unter dem Weihnachtsbaum. Weil man erst das Kind hat und zweitens neu gebaut hat. Okay. Was würden Sie Ihrem Trainer schenken? Ja... Das ähm... Ich glaube, ein Dictionär Deutsch-Englisch. Ein Insider. Wie seht Ihr perfektes Weihnachtsmenu aus? Hm... Ich bin dort recht schmerzfrei. Ich habe ganz viel gerne. Okay. Aber zum Beispiel so einen schönen Türki wäre natürlich nicht schlecht. Hat es schon lange nicht mehr gegeben. Letztes Mal ist es schon lange her, als wir in Astrali gewesen sind. Das wäre, glaube ich, eine coole Geschichte. Das wäre, was wir auch die sanfte Erleichterinnen und sagen. Ich bin das hier. Ja, wir verwenden. Ja, wir brazen. Aber dann bin ich zum Beispiel, Die Sansung ist schon mal gespielt. Es da ist sehr, sehr... Alle sind so viele zu моhen.